Yo Leute, was geht? Heute spielen wir Balloons, Tower Defense 6 und der gute Azami-San ist auch dabei. Let's go Leute, es geht ab. Okay, okay, so ich glaube so ein Affe, so ein normaler wäre schon legit. Kannst du machen neben dem Klebstoff mache ich bei meinem. BOOM! Ich platziere mal hinten den Sniper. Ist der gut wie der? Ja, der regelt doch schon. Geht das? Oh ja, der Sniper-Affe, Alter. Aber ich würde hier noch so einen Eisaffen hin platzieren, oder? Ja, ich platziere ihn einfach mal, warte, ich mach so, weil sein Range wird ja größer. Das ist richtig geil, darauf werde ich was jetzt gehen. Du wirst sehen, guck mal aufs U-Boot. Moment, ich hab grad neun Helden. So jetzt, ja, ich seh's. Ah, oida. Oh, das ist geil. Das unterste Upgrade, das unterste Upgrade, das geht. Guck mal, hier siehst du das U-Boot. Ja. Oh, doppelt. Oh, Alter. Kannst du bei dem Scharfschützen das erste Upgrade kaufen oben. Jo, freu mal. Ja, hab ich. Gut, falls ein Blei-Code durchkommen, dass er trotzdem noch abgeschossen wird. Okay, aber das sieht ganz gut aus bis jetzt. Verstehe die nicht, wie die useless sein soll. Hey, der Sniper, der wird richtig OP noch. Oh, wollen wir unsere Helden eigentlich nicht platzieren irgendwie? So langsam. Verkauf mal den normalen A5. Ja, hab ich. Jetzt soll ihn platzieren. Ja, weil die wird halt später so eine Fähigkeit haben, wo die im Kreis so schießt. Und schießt. Ah, okay. Das war halt so. Oh Gott. Zack. Verfolgung. Aber was hat deiner denn? Der Drohne da, der ist ja richtig cool. Dann zieh die mal oben über den Eisaffen. Dann hat die ganz Sand-Damage. Äh, über den Eisaffen. Ah, ja. Ja. Möchtest du mehr Schaden? Äh, kraftverstanden. Boah, unser Sniper ist wild. Der ist richtig wild unterwegs. Alter. Oh, ich hab Level ab. Wurde mal kurz retten. Äh, ich, äh, ich krieg die ganze Level ab, Alter. Ich kann nix retten, weil ich so hart level. Oh, jetzt, äh. Naja. Iso, aber gut, das geht. Der Sniper macht so viel Damage. Oh, jetzt, äh. Der Sniper macht so viel Damage. So, sie kamen wir. Oh, lol. Nice. Jetzt geht's weiter, oder? Jupp. Braucht mir mehr Plantagen, oder? Ah, okay. Haha. Ich will auch mal eine platzieren. Ah, guck mal, siehst du, was du siehst im Hintergrund, diesen Schatten? Also auf dem Boden jetzt? Ja, ja. Die Drohne? Ja. Das ist auf Stufe 8 gekommen. Ah, ja, ja, die fliegt so im Kreis. Ja, ich seh's. Ein Level ab noch, dann kann ich die auch schließen lassen. Ich warte eigentlich nur die ganze Zeit auf das Upgrade für meinen Helikopter. Ja, aber ich brauch echt nicht mehr viel mehr. Das ist meine Drohne, guck. Ja. Hm? Ah, ich seh sie nicht. Jo. Alter. Digga, was? Das ist gar nicht so stark, wie du denkst. Aber es sieht krass aus, weißt du, das reicht schon. Wie ist es bei dir mit der Plantage aus? Äh, gut, ich geh jetzt die mittlere durch, hast du ja gemeint. Jo, was ist das denn für ein Brocken, holy shit. Da kommen jetzt gleich zwei oder vier von den Roten raus. Vier. Alter. Doch vier. Ja, vier. Okay, das kriegen wir eigentlich hin, oder? Ja. Bro. Ich frag mich echt, wie lange wir das durchhalten. Das sieht aber echt gut aus gerade. Ja, ab 90, dann wird's erst richtig schwer. So. Sonnen-Avatar. Ich glaub ich kaufe auch mal... Hast du den ersten mit? Ja, dann machst du drei. Der ist richtig wild gerade, holy shit. Digga, was ist das für ein Affe? Ist doch kein Affe mehr. What the fuck? Alter. Alter, was? Vier von den riesen Dingern. Sorry, aber der Super-Affe ist ja mal wahnsinnig krank. Bauarbeiter. Affe freigeschaltet. Dein Scharfschützer hat fast die hunderttausend Kills. Der... Ah, ja. Du siehst jetzt diesen Robocop-Affen? Ähm... Ja, ja. War das nicht ein Super-Affe? Ja, war ein Super-Affe. Der schießt in beide Richtungen. Das kannst du halt einstellen. Der hat zwei Kanonen, die du beide einstellen kannst. Auf stärkster setzt, dann nah und fern. Alter, ich merke gerade, wie wichtig dieser Super-Affe ist. Ich dachte so, ja, Helikopter ist so P. Junge, der Helikopter macht gar nichts mehr. Oh, den hab ich Angst. Oh, Alter. Okay, die zischen gut durch. Aber wir schaffen es. Bei 95 kommen da 50.000 von denen. Hast du gesehen, wie weit die gekommen sind gerade? Ja, ja. Das ist sehr schlecht. Ich brauche den Verstümmler auf dem Scharfschützen rechts. Rechts da? Ja. Ja, okay, ich hab's gleich. 300 XP noch. Jetzt ziehen wir hier auch irgendwo Super-Affen hin. So in die hier hin. Ah, okay. Hast du den Falschen gekauft? Oh! Nein, 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 nein. Oh, das ist schön. Ich mach einfach langsam gemacht. Ah! Okay, nice. Ich muss kurz retten. Ja, ja. Oh, Alter. Das sieht gar nicht gut aus. Arkan, ich brauche Arkan. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Aber wo ist es geht eigentlich? Also wir haben zwar alles eingesetzt, aber... Alles geht. Alles geht. Alles geht. Als ob mein Heli immer noch nicht irgendwas machen kann. Wie viel XP fehlt dir noch? Noch? Warte. 2000. 1000. Hier ist ja ein bisschen komisch. Jetzt blick ich gar nicht mehr durch, Alter. Holy shit. Wie viele sind da jetzt? Ey, ho. Okay, warte mal. Was war noch mal beim Klebstoff-Affen des Dingens? Dass er alles langsamer macht? Ich... 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 Oh, was? Ich hab... Was? Warte, ich bezahl. Ich bezahl 500. Lebst du auch noch? Ich leb noch, ja. Oh, Junge. Ja, ja, der ist... Aus dem... Aus dem kommen noch Grüne raus. Alter. Ich hab was. Der frisst... Der frisst so viel. Ja, das sieht gut aus. Der Kleber macht da gute Arbeit. Mit den Klebstoff-Schützen an deiner Stelle verkaufen und neu platzieren. Und dann mit ihm... Aber nicht auf ätzender Klebstoff geht, sondern auf untere Upgrade. Ah, okay. Dann werden die länger verlangsamt und besser verlangsamt. Also Mitte, durch und unten auch. Oder... Mach mal unten durch und Mitte nur bis zwei. Okay. So, hier, Erz-Magier. Das ist sehr wichtig. Der... Wo die Augen leuchten. Ja, wo er Gondalf ist. Nee, nicht Gondalf. Wie heißt denn der eine da? Das ist auch ein... Gondador. Nee. Oh, nein. Oh, was? Jetzt... No. Okay, so. Das war's jetzt von dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Kommentiert das Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also dann, tschüss. Du bist ein Bauer. Shit, ja. Ja, ich hab nix anderes gemacht. Ich hab, glaub ich, vielleicht zehn Stunden gespielt oder so. Nee, was? Hä? Ja.